Hallo Pferdefreunde, in Zeiten von so vielen schlechten Nachrichten habe ich eine total gute für euch. Das Tuschieren, Schrägstrich Barren, ist jetzt offiziell von der FN verboten worden. Ist das nicht toll? So schnell habe ich solche Erfolge wirklich noch nie gesehen. Es gab eine 27-köpfige Kommission, die da hart verhandelt hat. Und jetzt ist es offiziell Tuschieren, egal ob mit runden Stecken, eckigen Stecken, wie lang die sind, auch immer. Es ist jetzt auch in Deutschland verboten. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben. Die RTL-Journalistin Sina Meyer-Hombrecht an erster Stelle, die mit Sicherheit mit ihrem Beitrag viel dazu beigetragen hat, auch wenn die FN das leugnet, dass die Öffentlichkeit dazu beigetragen hat. Ich sehe das anders. Danken möchte ich auch dem Jannis, der mit seinem Beitrag in diesem RTL-Film dazu beigetragen hat. Aber was ganz, ganz wichtig ist, jetzt ist jeder von uns gefordert, dass das auch umgesetzt wird. Wir alle müssen jetzt, wenn immer wir so etwas sehen, dagegen vorgehen. Wir müssen sagen, das, was du da machst, ist tierschutzrelevant. Und falls jemand von euch sich alleine nicht traut, ihr Hilfe braucht, schreibt mich einfach an. Ich habe Ideen, wie man dagegen vorgehen kann. Und wir müssen es jetzt auch wirklich umsetzen. Macht alle mit zum Wohle der Pferde. Ich danke euch.